ein wunderschönen guten morgen es ist donnerstag der 22. april mein name ist carlos martins johann uns live aus dem traders club trading und wir bereiten uns auf unser morgendlichen dax trade vor 15.300 wir haben heute ein mini gap hier wir haben eine trading range von 20 punkte das ist okay nicht spektakulär aber wir platzieren die box oben für jeden morgen auf das level einer big number das ist das was als erstes gezeigt wird 15.307 zu 15.292 wir bleiben in diesem chart wie jeden morgen und blicken einmal auf die blue boxen blue boxen 12,5 spät abends 33 treten wir nicht alles kleiner als 30 auf dem minuten chart 47 ja und dann waren wir auch schon also gestern waren nicht so viele kleine boxen da zum traden guck mal wie es heute wird auf dem linken bildrand sind wir bei den grünen boxen den vola boxen hier gab es gestern schöne trades die man machen konnte ich bin hier auf dem fünf minuten chart man kann sich das ganze auch auf dem minuten chart einmal so anschauen was aber den club mit ihnen interessiert natürlich wo kommt die blue box die vola box rein 5 2 8 und 60 5 2 8 und 60 das heißt ich gehe hier mal rein linien rein nach unten ziehen 5 2 8 und 60 so das ist die grüne box aktuell vola box 25 2 8 und 60 noch ist die nicht aktiviert das wird erst ab 9 uhr aktiviert somit kann jeder auch die vola box morgens mit mir mitreden jetzt gehen wir in die tage straights rein und gucken noch einmal wie der markt aussieht und fangen an bei öl heute den hatte ich offen nach der roten sonne sind wir nach wie vor short wir haben hier ganz unten in dem trend indikate koko e auch ein kreuzung von blauen von oben nach unten ist tendiert auch eher richtung short wir haben hier ziehen wir die linie hier rein so sehen auch dort wir sind hier kurzzeitig über rüber gekommen hier bei diesem long attacke aber der markt dreht hier wieder durchaus denkbar dass wir noch mal eine etage tiefer kommen wohin könnte der markt gehen nach dieser öl rallye das muss man schon sagen haben wir 23,6 gestern erreicht das ist das minimum c durchaus denkbar dass wir auf mittelfristiger basis hier auf 54 95 noch mal kommen ja dazu haben wir noch den 100er gleitenden durchschnitt der bei 56 45 liegt das würde ich auch hier erst mal als unterstützungszone nummer eins betrachten ja und wenn wir das bisschen kleiner machen ja sehen wir dass wir sogar noch ein tickchen tiefer hier da das ist das 38 retracement sauber zu sehen von der großen abwärts und aufwärtsbewegung so das heißt 55 17 das ist eigentlich eine gute unterstützung und die kommt daher wäre das uns ein bisschen kleiner machen haben wir hier in der mitte einige bewegung wo der markt dort aufgesessen hat so wechseln wir den chart und gehen in den gold chart rein 1791 und hier berühren wir den 200er gleitenden durchschnitt einer auch ein klassiker in der analyse 200er gleitenden durchschnitt wir hatten gestern kurz darüber gesprochen dass wir hier so ein mini cluster sehen das heißt die gleitenden durchschnitte ziehen sich zusammen ja und dann gibt es meistens eine bewegung nach oben oder nach unten wenn wir jetzt mal den mai der kurz vor der brust hier steht sehen dass die märkte vielleicht ein wenig nachgeben sell and go away ein kleines sprichwort dann könnte es vielleicht jetzt schon ein vorindikator sein dass man eventuell wenig umschichtet in gold aber er muss darüber schließen hier dann hätten wir ein bisschen luft wenn wir die fibonacci zahlen uns mal reinnehmen dann sehen wir 38 retracement von dieser abwärtsbewegung jetzt drüber 50 61 wäre bei 1852 im gold was macht die dependance zu gold das ist bitcoin bitcoin hat gestern den 50 tagesdurchschnitt hier berührt und ist heute bei 54 53 69 das tiefgestern war bei 52 52 52 und ethereum als schönen konnte hingelegt bei 2464 aktuell so dann gehen wir in die technologie börse nasdaq rein auch hier ein schöner konter gestern also nach dieser anfänglichen tendenz das war kein short setup aber hier gleich wieder gekontert technologie börse s&p 500 die 500 größten werte in amerika auch hier die blaue kerze komplett gekontert und was machte gut old german dachs der hat gestern auch gekontert also auch hier rote sonne nach dem all time high eins zwei drei tage jetzt erstmal adverbs mal gucken ob es heute weiter nach oben geht oder richtung süden noch haben wir keine richtigen kerzen aber und das ist sehr schön zu sehen der indikator hier koko e trendfilter indikator zeigt richtung süden ja und da hätten wir luft bis zum bis zu dieser zone hier nach unten zu laufen insofern sind wir eben sehr starken überverkauften oder überkauften bereich gewesen und durchaus denkbar dass wir hier zurücklaufen ja und das würde bedeuten dass wir ein tippchen tiefer gehen auch hier können wir die zahlen einmal ansetzen die projektion wohin geht es laufen 14.500 3 14.538 wäre das minimal ziel im dax und 38 wer der klassiker bei 13.934 das wäre das 38 retracement erst nach dieser methode unter 13.000 nämlich bei 12.959 wenn er dort signifikant runter geht würden wir von einem trendwechsel sprechen bis dahin ist seht ihr ist alles minimales luft holen und durchaus denkbar dass wir die 14.000 der marke noch mal vielleicht hier berühren alles positive ist ja schon im markt drin impfen die niedrigen zinsen die in jung die konjunkturpakete alles ist drin also alles sind ist enthalten in diesen kursen also was soll jetzt positives noch kommen das stellt sich jetzt natürlich die frage oder kommen die konjunktur zahlen ein wenig schlechter rein ja gerade was die technologie börsen betrifft das bleibt ab zu warten 8 uhr 9 und 30 so und jetzt machen wir den kopf frei ist egal ob wir long oder short gehen spielt keine rolle hauptsache der dax macht hat volatilität und das wollen wir uns wünschen heute 8 39 noch sind wir im kein trade die grüne box links ist nur in vorbereitung ab 9 uhr starten wir dort mit den trades das einzige was wir hier jetzt noch betrachten können zur vorbereitung ist mtx eine 5 minuten strategie und jetzt müssen wir uns da anschauen wie viele punkte bleiben dort also wir haben hier genügend abstand zum daily pivot das ist also für eine 5 minuten strategie die wir anwenden wir bereiten uns davor wir drücken hier auf sell verkaufen z4 dann gehen wir auf mtx dann gehe ich auf differenz trage oben meine risiko 1 es ist immer das prozentuale risiko von unserem aktuellen kontostand equity und nicht balance und gebe dem markt genügend luft und wenn wir jetzt das signal bestätigt bekommen erscheint eine eine box in drei minuten 59 und dann würden wir short in den dax einsteigen also body factor bei 61 60 prozent das heißt das retracement nach oben der kurs kommt zurück und das wäre jetzt für uns keine gut ausgeprägte kerze aber wir haben noch acht sekunden jetzt müsste gleich die box grau erscheinen und das bedeutet hier noch mal zur kontrolle das ist kein short setup grau ja also da stimmt was nicht und das ist das retracement hier das heißt wir packen alles wieder weg und warten 8 uhr 45 die grüne box dort 15 268 zu 15 253 wer kommt die wohler box rein gucken ob wir die dann punkt 9 uhr traden ansonsten haben wir bei 53 erstmal die dax falle platziert wenn der markt also weiter richtung süden läuft dann haben wir heute wieder das seltene phänomen die big number und daily pivo als eine achse dort 15.200 und der daily pivo bei 15.198 heute haben jetzt doch ein paar sekunden und dann können wir die vola box mehr oder weniger platzieren auf der linken seite 68 kommt soll sie reinkommen 16 sekunden noch bis zum start 8 sekunden 5 4 3 und wir sind short im ersten trade direkt 68 ist die vola box reingekommen und ich mache das bild jetzt mal größer das ist also unser erster trade hier 68 56 zu 15 2 53 short ausgeführt die blaue linie zeichnet uns unser gewinn ziel an und im ersten trade lassen wir den trade nicht laufen sondern gehen dann raus die vola box die grünen boxen treten wir öfter das heißt wenn der trade jetzt in den gewinn laufen sollte wenn wir nochmal einsteigen ansonsten wird oben auf der gegenüberliegenden seite jetzt multipliziert faktor 3 das heißt die dreifache menge und dann sind wir short und long gleichzeitig das nochmal zur erklärung für die gäste die dabei sind neun uhr drei und jetzt sind wir raus das war unser eröffnung straight und wir platzieren jetzt die order noch einmal auf einstieg und ich verabschiede mich jetzt bei den youtube das war der der eröffnung straight und wünsche allen gute trades wünsche denn den youtube schon mal schönes wochenende wir sind ja morgen auf der digitalen invest und wir machen jetzt im club weiter und bis dahin schöne gute trades der